Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Klein Heino muss zu Hause in der Ecke stehen, als der Pfarrer zu Besuch kommt. Ja, Heino, fragt er mitleidsvoll den Jüngern, was heißt du denn ausgefressen? Eigentlich gar nichts, erwähnt Heino. Ich muss hier nur in der Ecke stehen, damit der hässliche Fettfleck auf der Tapete nicht zu sehen ist.